Kriegerin, Künstlerin, Weise, Athen, na, hallo YouTube und willkommen zurück auf meinem Kanal Mythologische Minuten. Heute sprechen wir über die Kriegerin des Olympischen Pantheons, Athena. Doch bevor es los geht, abonniert doch gerne meinen Kanal und gebt mir einen Kommentar. Los geht's! Athena war die Tochter der Göttin Metis, eine Frau, bekannt für ihre Weitsicht und Weisheit und Zeus, dem Gott von Blitz und Donner. Doch ein Orakel verkündete dem Vater, er würde zwei Kinder von Metis bekommen, eine Tochter, die ihn gleich an Macht sein würde und einen Sohn, der noch mächtiger werden würde als er. Um seine Machtposition fürchten, fraß Zeus daraufhin Metis, um die Geburt eines solchen Sohnes zu verhindern. Aber eine Leibesfrucht überlebte und begann, in Zeus' Kopf zu wachsen. Von fürchterlichen Kopfschmerzen gequält, forderte Zeus, als die Zeit der Geburt gekommen war, Hephaistos, den schmiede Gott auf, ihm den Schädel mit einer Acht zu spalten. Heraussprang die erwachsene Göttin, gerüstet mit Speer, Helm und Schild. Als Tochter der Metis war Athene, wie vom Orakel prophezeit, ihrem Vater ebenbürtig. Und Zeus war fortan vernaht in die Tochter seiner ersten Frau. Doch auch wenn sie vollgerüstet geboren wurde, war Athene eine noch unerfahrene Kämpferin. Zeus übergab sie daher den Fluss Gott Triton zur Ausbildung. Pallas, die Tochter des Tritons, wurde zu Athenas gespielt, doch tötete die Göttin sie versehentlich und fertigte zu Buse das Paischeladion an, das sie neben der Zeus-Statue aufstellte und nahm selbst den Namen Pallas Athena an. Ihre erste Kriegserfahrung sammelte Athena schließlich während der Gigantomachie. Als Giganten im Auftrag der Erdmutter Gaia den Olymp attackierten, tötete sie Pallas, dem sie die Haut abzog und damit ihren Schild einzuledern. Den Enkelados, einen weiteren Giganten, bezwang sie gleichfalls, indem sie ihm die Insel Sizilien auf den Kopf warf. Doch eine ihrer größeren Taten waren friedlicher und nicht kriegerischer Natur. Prometheus hatte im Auftrag ihres Vaters die Menschen geschaffen. Doch der Titan stätte fest, dass die Menschen zwar alles taten, was man ihnen sagte, ansonsten jedoch regungslos bliebe. So bat der Athena darum, den Menschen Leben, eine Seele, einzuhauchen. Erst dadurch wurden sie zu selbstständigen und fühlenden Menschen und bzw. Wesen. Spätestens als sie die Giganten getötet und den Menschen den Lebenshauch gab, war jeder Gottheit Athena Stärke und Macht bewusst geworden. Und Athena wurde alsbald umworben. Doch es gab nur einen Gott, der glaubte das größte Anrecht auf sie zu haben. Hephaistos, der Schmiedegott, von Aphrodite bereits geschieden, verlangte für seine brachiale Geburtshilfe von Zeus Athena als Gattin. Doch wusste sie sich, als der Gott sie bereits im Triumph mit sich führte, zu entziehen. Voller Erregung fiel dabei sein Samen zu Erde und daraus entstand Erichthonios, ein Lebewesen halb Mensch, halb Schlange. Athene zog den Schlangenmenschen fortan selbst in ihrem Heiligtum auf. Er wurde später ein König von Attica. Als Göttin forderte Athena alsbald die Schutzherrschaft über eine Stadt der alten Griechen für sich. Doch ihr Onkel Poseidon, der aufbrausende Meeresgott, verlangte ebenfalls die Schirmherrschaft für sich. Und unglücklicherweise erschienen sie sich beide für dieselbe Stadt. Zeus sammelte alle Olympier um sich, um zwischen der mächtigen Kriegerin Athene und dem aufbrausenden Poseidon zu vermitteln. Poseidon schuf das erste Pferd. Athena aber ließ den Ölbaum wachsen, der selbst im trockenen Klima wachsen und gedeihen konnte. Schattenspenette und Oliven gab. Die Olympier entschieden, dass der Ölbaum das bessere Geschenk war. Im Zaun überschwemmte Poseidon daraufhin die Stadt, lenkte aber, weil er gleichwohl verehrt wurde, bald reuch ein und begünstigte fortan die Stadt. Neben der Stadt Athen gab es eine Person, die Athenas besondere Gunst erhielt. Der König von Othaka, Odysseus der Listige. In den zwei größten Ebenen Griechenlands, der Elias und der Odyssee von Homer, war Athena die Schutzgöttin des Odysseus. Im Trojanischen Krieg kämpfte sie auf Seiten der Griechen und des Odysseus und anschließend begleitete sie den König bei seiner gefahrvollen Überfahrt bis nach Hause. Zwanzig Jahre würde sie Odysseus beschützen und unterstützen. Aber Athena konnte auch aufbrausend sein. Als sich Arachne, eine ihrer Kunst wegen weithin berühmten Niderin, mit der Göttin im Handwerk des Spinnen messen wollte, konnte die Göttin an deren tadellosen Meisterwerk nichts aussetzen und geriet darüber derart in Mut, dass sie das Gewebe zerriss und Arachne mit dem Webstuhl bewarf. Arachne war entsetzt, denn sie fürchtete die für Götter und Göttinnen übliche Vergeltung. Sie ahnte nicht, dass Athena zwar aufbrausend, aber eher selten nachtragend war. Als Arachne sich daraufhin erhängen wollte, wurde sie von Athena in eine Spinne verwandelt. Aus Mitleid einerseits, andererseits mit der Aufgabe stets zu spinnen und sich den Faden dabei aus dem eigenen Leib zu ziehen. Diese Rücksichtsnahme und Weisheit machte Athena zu einer beliebten Göttin im alten Griechenland und natürlich in einer der mächtigsten Städte der Antike, Athen. So wurde Athena jedes Jahr am Ende des Monats bei einem Badefest geehrt. Das Fest dauerte fünf Tage. Während dieser Zeit führten die Priesterinnen von Athena ein Reinigungsritual im Erechtaion durch, einem Heiligtum, das Athena und Poseidon gewidmet war. Hier wurde Athenas Statue ausgezogen, ihre Kleidung gewaschen und der Körper gereinigt. Sie war jedoch nicht nur Schirmherrin der Stadt Athen, sondern auch der Künste und der Wissenschaften. Als Hüftebiterin des Wissens beschützte sie auch Spinner, Weber und andere Handwerker. Im Pateon in Athen stand Athenas größtes Heiligtum. Eine Abbildung von ihr aus Elfenbein und Gold, mit der Göttin Nike als goldene Engelstatue neben sich. Als Kriegerin war sie auch die Schutzherrin der Soldaten, jedoch insbesondere der Generäle. Denn sie zog Strategie der rohen Gewalt stets vor. Anders als ihr Bruder Aris, der den Nahkampf liebte und sich blind in den Kampf stürzte. Die Göttin bleibt bis heute nicht vergessen. Wir kennen sie heute aus Filmen wie Krieg der Götter von Tar-Sin-Sin oder aus der Buchreihe Helden des Olympus von Rick Jordan. Doch wie denkt ihr über die weise Kriegerin? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Jetzt ver PET. 4 5 2 20